Hallo zusammen. Willkommen zurück. Ich bearbeite gerade mein Jahrbuch-Foto. Ich will es nur ein bisschen Photoshoppen, damit die Leute sich so an mich erinnern, wie ich wirklich bin. Nur die Haare ein bisschen heller. Und weg mit dem Pickel. Vielleicht noch ein bisschen Bräune. Das ist perfekt. Und was meint ihr? Komm schon, Charlie. Komm her, Kleiner. Willst du nicht mit deinen FreundInnen spielen? Oh, ich verstehe. Komm schon. Sie wollen nur, dass du dich für deinen Körper schämst, damit du ihr Produkt kaufst. Und ganz nebenbei, sie verwenden Photoshop, um ihr Aussehen zu verändern. Schau da drüben. Alle möglichen Körperformen und Größen, Hautfarben und körperliche Fähigkeiten. Die Unterschiede machen uns zu etwas Besonderem. Du bist wunderschön für mich. Ich liebe deine großen Augen und wie niedlich du mit dem Schwanz wedelst. Und du bist der beste Frisbee-Spieler, den ich kenne. Darauf solltest du dich konzentrieren. Dann erinnerst du dich daran, wie besonders du bist. Das macht dich selbstbewusst und du strahlst vor Attraktivität. Wow, dein Hund ist großartig. Hi, ich bin Chris. Oh, ich bin so aufgeregt. Endlich ist es da. Mein Klassenjahrbuch. Wow, sie sehen alle so hübsch aus. Aber wer sind all diese Leute? Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Besuch mich doch auf amaze.org oder twittere über mich mit dem Hashtag amaze.org. Bis dann!